Was ist die Goethe-Universität in Frankfurt einer der größten Universitäten? Wir alle wissen, dass im Reigen unserer Universitäten die Goethe-Universität in Frankfurt einer der größten ist. Aber in diesem Jahr ist es auch die Universität, die die meisten Deutschlandstipendien eingeworben hat, über 600, 606 Stipendien. Und was sehr, sehr schön ist, dass 28 Prozent von Privatpersonen stammt. Für mich ist das Gute beim Deutschlandstipendium unter anderem, dass man auch kleinere Summen spenden kann, und das ist hier geschehen, zum Nutzen von vielen, vielen Studierenden. Und es ist so, dass in der Region, in ihrer Region, sich ganz viele engagieren als Mentoren für diese Region und dass dieses Konzept im Rahmen des Programms des Deutschlandstipendiums vor Ort vom Stifterverband ausgezeichnet wurde. Und darüber freue ich mich und ich denke, alles das, was an dieser Universität passiert, zeigt, dass sie mit 100 Jahren sehr frisch und sehr lebendig ist.